Hallo und willkommen zurück zu Life is Strange. Wir treffen uns gleich mit Chloe. Ich hab mich am Direktor herumgeschlissen. Ninja Max. Und los geht's. Viel Spaß. Ohoho, voll erschreckt. Mehr als ein schreckliches Arschluss. Hey, Chloe, ich habe nicht genau den größten Tag, zu versuchen, meine Freundin zu schrauben auf den Ruf. Ich glaube, ich brauche mich heute Abend, okay? Sorry, aber du absoluten Balls-to-the-Wall hast du deinen Freund. Kate hat sich selbst gewählt. Ich konnte nicht sogar meine Macht. Meine Kopf fühlt sich, dass sie sich schrauben. Dann habe ich keine Ahnung, was sie zu sagen, auf dem Ruf. Don't du so modest, Rockstar. Kate ist alive, weil du dich. Mmh-hmm. Hm? Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Of course. They're both sociopaths. More like psychopaths. The Blackwell Security Officer even hits his own stepdaughter. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth, I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's- Dead? I'm sorry. I hate even saying that, Chloe. Not as much as I hate thinking it. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drum roll please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Ach, Chloe. Thank you again so much for helping you put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I'm glad it had a relatively happy ending. I don't know what I would have done if Katie jumped. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, uh, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Alla, was for an eklige Tussi. Was for an eklige... It's so stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Okay. Wir sind drin! Chloe, the Keymaster. You know it. Schlossknacker. Mm-hmm. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. My powers didn't save Kate. Maybe I did on my own. Come on. Come on. One more door and our work here is done. Okay, come. Rein. Ups. Da hab ich mich mal verdrückt. Lauf! Gibt's keine Taschenlampe oder irgendwas? Ups. Hab ich mich wieder verdrückt? Mit der Taschenlampe sehe ich ja gar nix hier. Mit der Taschenlampe sehe ich ja gar nix hier. Oder? Ist das Büro? Ne, das ist doch nicht das Büro. Wir sind im... Sind wir... Achso, wir sind ganz normal im Klassenzimmer. Ja, nur weil da gut rüberkommen will. Also, jemand der sowas macht, will da immer gut rüberkommen. Wenn man weiß, was für einen Charakter diese Person hat. Ich fühle mich sogar gross an Nathan´s Werk. Aber er hat ja einen Stil. auch was erkennen. Mach ein Foto! Wer hat denn die Zigarette angesteckt? Ew, gross. At least switch to E6. Wer hat denn eine Trophäe erhalten? Ich glaube, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wegen dem Skelett. Oh man, ich kann ja... Das ist schon schwierig. Irgendwas zu erkennen. Na, was haben wir denn da? Ich habe nie gesagt, dass sie groß waren, Troll. Everybody is asleep. I hate to wake them up, but... I want a picture. Dann mach eins. Good evening, Fischfisch. Fischlein, Fischlein. Gute Reflexe, Trophäe erhalten. Was steht denn im Tragebuch? Oh, wird alles eingetragen. Man kann ja auf Pause drücken und sich das alles durchlesen. Das mache ich dann später auch nochmal. Ich werde dann am Ende vom Spiel ein Video machen, in dem ich das ganze Buch zeige. Okay, raus hier. Wohin noch? Hier war ich ja schon. Ich glaube hier drin, da war ich ja schon. Das ist doch mein Schrank, oder? Und hier? Kann ich hier rein? War ich hier schon? Ah ok, wir sind im Labor. Die Klausurnergebnisse. Wohin noch ein B-? Warren hat meinen Fisch verletzt. Natürlich, ich bin ein Schrank. Na ja. Wohin noch ein Ender. Du wohnst viel mehr als das für Nathan, aber... jeder kleine Klausur betrifft. Ja, ich liebe diesen Plus, den Minus. Danke für mich, Warren. Am Ende fliegt Warren von der Schule, weil ich irgendwas gefälscht habe. Lassen wir es mal so stehen. Schauen wir mal, was passiert. Ist interessant gerade. Tja, das ist die Natur. Hätten wir nicht die Haut um uns rum, würden wir alle so komisch aussehen, ne? A Periodic Table. Ich wünsche, ich wusste, was Periodic bedeutet. Ich habe nie gesagt, dass sie großartig waren, Troll. Ach, wir waren doch schon mal hier. Warte mal, raus hier. Ist echt schwierig mit dem Licht. War ich hier schon? Ne. Ja, hier. Bully-free zone. Mobbing-freie zone. Mhm. Kate Schließfach. Ich bin so glücklich, dass du noch dein Locker hast, Kate. Ja, durch Mobbing ist es bei Kate passiert, dass sie raus... dass sie springen wollte. Schon eklig wie Menschen sein können. Okay. Noch ein Labor? Ist hier was Besonderes? Ich verliere hier schon halber die Orientierung. Hä? Hä? Ich war hier schon. Das ist einfach nur eine andere Tür. Mann. Ist hier nirgends so ein Licht oder so? Ein Lichtschalter? Es dauert ja noch ewig, bis ich hier irgendwas gefunden habe. Lass mich raten. Ich war hier drinnen auch schon. Okay, hier gibt's nichts. Oder ich bin blind und ich sehe hier nichts. Aber das ist doch das Klassenzimmer, oder? Das ganz normale Klassenzimmer. Oh, Kate. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Shit. Ich kann ihn nicht sehen, aber... Ich kann ihn nicht sehen. Die Hall of Fame ist immer noch trotzdem ausgeleuchtet. Hier ist doch irgendwo das Büro, oder? Okay, wie geht's jetzt weiter? Okay, wie geht's jetzt weiter? Ich bin blind. Ich bin blind. Manche, wie alle hier. Jetzt müssen wir, die Tür öffnen. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich weiß, dass ich wirklich ein wenig über das Lockpick. Dank an Frank. Ich würde das mal testen, meine Schlauhe. Ich bin blind. Wir sind schon so tief, aus. Ich bin blind. Wir können die Schlüssel finden. Wenn du das mal probierst. Schauen wir mal, wo könnte der Schlüssel sein? Hier sind die Schlüssel, keine für die Principal. Keine Schlüssel für dich. Wir müssen einen anderen Weg in finden. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit mit Frank. Aber ich benutze meine DIY-Lockpick-Tools, während du einen besseren Plan hast. Mein Plan hat einen Namen. Hey, Warren. Du beschäftigst? Just Bubble Hearth, du bist okay. Okay. Listen, I need your physics expertise, STAT. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kind of know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, Science Guy. Uh, no, 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 stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Wow. Wow, sag nicht mal bitte. Sag doch wenigstens mal bitte. Und? The race is on. See you soon. Was schon da irgendwas mit Zucker? The race is on. Shhh. I was ein。 stagesfil.